Antifa! Terror-Unterschützer! Wer hat die linke Bataille? Wer einmal in den Wahl hochgeht, kann ich hier anfangen. Seht ihr, M.G. ist der Beste! Eine Gruppe oder zwei Gruppen? Zwei Gruppen. Rechts. Rechts und links? Welche Leidung? Ich bin hier nicht so auf den Wald. Ich gehe entweder da hin, stelle ich neben Nils oder hier. Guck mal, wie die aussehen. Oder das sind solche Menschen, die auf der Straße liegen und so was. Und die sagen, Deutschland ist von Peckern und Peckern und Peckern und Peckern. Ihr seid zu leise! Das sind solche Menschen, die Leute unspeichert. Das ist das, was sie gerade versucht haben. Das ist das, was sie wollen. Unschweigen, Bruder. Wir wollen unspeiten. Guck mal, wie die hier stehen. Geil, ne? So ein Nazi bin ich, ne? Gib dem mal einen Kuss! Das ist hier mit einem Araber! Na! 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 Erzähl das mal der Merkel. Erzähl das mal der Merkel. Erzähl das mal der Merkel! Ich habe viele Sprüge stehen, aber man kann man nun ständig. Ich habe mich gespürt, Bruder. Geh nach Hause! Ich bin so spürt, Bruder. Das Stimme, das ist die Bar. Das sind die Bar für die Spiegel. Endlich nicht an! Wir putzen nicht an! »Kraftionalismus muss raus, 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 raus!« Wir haben den Krieg-Ballon, wir haben den Krieg-Ballon, wir haben den Krieg-Ballon. Wir haben den Krieg-Ballon. Wir haben den Krieg. Alerta! 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 Antifaschista!